Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil Let's Retro DuckTales. Wir waren im Amazonas und gehen jetzt nach Transylvanion. Was hat denn hier? Klingt ja gut an. Aha. Ja. Ja, ja, hallo Kiki. Ja, der eine ist gekidnappt worden, Vollidiot. Ja, oh, das ist ein hartes Kidnapping, der so hin und her geht. Ja, aber ich hatte den eigentlich besiegt. Ich weiß, dass es hier Illusion Walls gibt. Und er ist schon wieder gefangen. Möp. Ja. Uh, das war die Mumie. Ich habe keine Ahnung, was das schwarze da sein soll. Ach, das ist eine Kugel. Ah. Äh. Ja, ja, Geheimnis. Ja, Geheimnis. Ja, mehr Leben. Das ist gut. Jetzt könnte man natürlich sofort zum Endgegner gehen. Kann ich aber voll öde. Kann man leben. Das Level ist auch nicht ganz so schwer wie der Amazonas. Geheimnis. Ja. Wie sieht das denn hier nochmal? Ach so. Hm. So war das. Hä? Ja. 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 Das ging dann nämlich hier lang. Ja. Genau. Wääh. Ja. Äh. Ja. Pff. Hä? Wie soll man denn dran vorbeikommen? Ihr komischen, nervigen Viecher. Okay. Aber hier war was drin. Ja. Ja. Geist. Juhu. Na. Torte. Äh. Wieder hier voll. Was war denn diese... Ja, ich will es ja jetzt euch nicht verraten, was ich gerade suche. Ja, also man kann durch diese Spiegel gehen. So viel sei gesagt. Aber ich suche gerade einen ganz bestimmten. Scheinbar ist der doch hier hinten. Wow. Oh. Mist. Ah. Tschüss. Tschüss. So. Überlegen. Ich glaube, ich gehe hier rein. Ja, genau. Hier wollte ich hin. Die lustige Lohrenfahrt. Zack. Kopf einziehen. Und... Genau. Boah, ist das so lustig. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, lassen wir die lustige Lohrenfahrt. Und gehen direkt zum Entgegner. Äh. Okay. Ja, der richtige Weg und ein Geist hinter uns. Ja. Zwei Essen. Nächster Diamant und so. Und die alte Dame kennen wir auch. Okay, alt ist sie nicht, aber... Die kennen wir natürlich. Gundel, Gaukelei. Äh, trifft mich nochmal wieder. Äh, zwei und, äh... Hops. Drei. So, ich glaube, da komme ich nicht dran. Ne. Ne, da komme ich nicht. Dann soll sie mal runterkommen. Hallo. So, fertig. Und was gibt es hier? Einen Teller. So, aber ein bisschen weniger als im Dschungel, wer ihr seht. Ne, doch ein bisschen mehr. Haha, ich war schneller. So. Das Geld kommt auch in meinen Geldspeicher. Und dann sehen wir uns wieder zu einer neuen Folge Let's Retro DuckTales. Tschüss, tschüss.